ARD-Spitzenkräfte stehen ständig vor Gericht. Die Chefs verhinderten angeblich kritische Berichte über die Landesregierung. Ein Fernsehdirektor erhielt eine Abfindung von 700.000 Euro. Aber es sind nicht nur Geldverschwendung und Korruption. Auch inhaltlich häufen sich die Entgleisungen. Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter am... Thanks God that I'm in Mexiko, bro. Der öffentliche Rundfunk war also schon immer das Erziehungswerkzeug einer Elite. Wir wollen informieren, nicht missionieren. Wir sind Journalisten und keine Lügner. Da hatten wir schon einen gewissen missionarischen Eifer. Und keine Lügner. Ah, jo. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse euer Herz. Ich hoffe, euch geht's gut. Directly from Mexiko wieder am Start hier. Und zwar werden wir jetzt auf ein Video reagieren, was heißt ARD und ZDF sind am Ende. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Sowieso weiß schon fast jeder, dass in den letzten Jahren auf jeden Fall Fernsehen schauen, gerade in der neuen Generation, nicht mehr der Shit ist. Also ich sag euch ganz ehrlich, wenn ihr Leon Lovelock Highlights abonniert und auch mal im Lovestream mit dabei seid, natürlich Link unten auch in der Beschreibung, dann habt ihr da mehr von, als wenn ihr euch öffentlich-rechtliches Fernsehen reinzieht. Laut meiner Meinung auf jeden Fall. Und wir gehen jetzt mal rein ins Video. Ich bin gespannt, was da erzählt wird. Ich bin gespannt, was passiert, Freunde. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. One Love geht raus. Nur Liebe an jeden Einzelnen von euch. Lieben kostet nix. Tut euren Nix und was Gutes. Geht raus. Lacht mal ein bisschen. Smilt ein bisschen. Sagt eurer Mom, euren Eltern, euren Familien, euren Schwestern, euren Freunden. Einfach mal, dass ihr sie liebt habt. Kostet euch nix und ihr werdet merken, dass es euch danach besser geht. Wir gehen rein ins Video. Let's get it on. Let's go. AD und ZDF stehen vor einem radikalen Umbruch. 84% der Deutschen wollen die Zwangsgebühr abschaffen und 10% weigern sich bereits, die Rundfunkgebühr zu bezahlen. Angesichts der vielen Skandale ist das auch nicht überraschend. Beim RBB musste gerade die Intendantin Patricia Schlesinger gehen. Schlesinger hatte ihrem Mann über 100.000 Euro für Beratung gezahlt. Hinzu kommen über 600.000 Euro für Renovierung und Dienstwagen. Zudem verschwendet der RBB Gebühren. Also die studern auch richtig rum mit unseren Gebühren. Ist krass auch, dass viele Leute sich weigern, diese Gebühren zu bezahlen. Fühle ich auf jeden Fall. Also ich war da auch nie mit d'accord, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir immer gedacht, Bro, ich habe nicht mal einen Fernseher zu Hause. Warum soll ich diese Gebühren bezahlen? Hör auf. Wer von euch zahlt GEZ-Gebühren? Seid mal ehrlich. Gebührengelder für Mitarbeiter, die gar nicht arbeiten. Im Fall eines Programmdirektors sind das sogar insgesamt 700.000 Euro fürs Nichtstun. Ähnlich sieht es beim Bayerischen Rundfunk aus. Ein Fernsehdirektor erhielt eine Abfindung von 700.000 Euro, weil die neue Intendantin ihn loswerden wollte. Beim MDR läuft seit mehr als 10 Jahren der... Überlegt mal eine Abfindung von 700.000 Euro, meine lieben Freunde. 700.000 Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für Geld ist. Das ist fast eine Million, Digi. Und das sind alles Gelder, die von unseren Gebühren kommen, die wir jeden Monat bezahlen. Das muss man sich halt reinziehen so. Stasi-Mann soll sechsstellige Summen ergaunert haben und keiner im Sender will etwas gemerkt haben. Von Stasi-Mitarbeitern war der MDR durchsetzt. 2011 gab es in der Redaktion und bei den Moderatoren reihenweise Enttarnung. Offenbar hatten sich unter dem damaligen Intendanten Udo Reiter regelrechte Seierschaften gebildet. Wieder einmal will niemand etwas gemerkt haben. 2005 wurde Jürgen Emmig, der damalige Sportchef des hessischen Rundfunks, wegen Betrug vorurteilt. Er hatte sich dafür bezahlen lassen, eine Veranstaltung auf den Sender zu bringen. Beim Kinderkanal flog 2011 ein Mitarbeiter auf, der mehrere Millionen Euro abgezweigt hatte. Wieder hat er niemand etwas bemerkt. Udo Voth, Doris Heinze... Die wissen gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld wahrscheinlich, ne? Die sehen, okay, wir haben so viele Gebühren von dem ganzen Volk, 80 Millionen Menschen. Ich weiß nicht, wie viele von den GEZ-Gebühren bezahlen, aber ich denke mal schon einige, weißt du? Dann kannst du dir ausrechnen, was da so im Monat zusammenkommt. Und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, so, okay, was können wir damit machen, Digga? Das kann man doch bestimmt irgendwie an Seite irgendwie vorbei. ...Emmig und Wilfried Mohren. ARD-Spitzenkräfte stehen ständig vor Gericht. Aktuell macht der NDR Schlagzeilen. Die Chefs verhinderten angeblich kritische Berichte über die Landesregierung und verbreiten ein Klima der Angst unter ihren Mitarbeitern. Aber es sind nicht nur Geldverschwendung und Korruption. Auch inhaltlich häufen sich die Entgleisungen. Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter am... Alle Impfverweigerer müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, an der derzeitigen Situation mitschuld zu sein. Viel zu lange haben die politisch Verantwortlichen gezögert. Sie hätten viel früher den Druck auf Ungeimpfte erhöhen. Die ganze Attitude von ihr... Was ist das? Das ist krank. Ich schwöre, das ist das... Also, diese Sprecherin da, wie die das da formuliert hat und ihr Gesichtsausdruck dabei, das löst echt heftige Vibes aus. In mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das sind Vibes, glaube ich, die... Stasi, Bro. ...müssen. Ein Winter wie dieser darf sich nicht wiederholen. Wie das geht? Unser Nachbarland Österreich macht das vor. Dann lächelt ihr auf einmal. Guck mal, wie eklig die eben geguckt hat hier noch. Auch inhaltlich. Gibt euch mal die ganze Körpersprache, ihre Gestik, Mimik und diese ganzen Sachen. Freuten sich die Entgleisungen. Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Alle Impfverweigerer müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, an der derzeitigen Situation mitschuld zu sein. Viel zu lange haben die politisch Verantwortlichen gezögert. Sie hätten viel früher den Druck auf Ungeimpfte erhöhen müssen. Ein Winter wie dieser darf sich nicht wiederholen. Wie das geht? Unser Nachbarland. Guck mal jetzt, wie die auf einmal ihre Dinge... Bro, krass. Österreich macht... Fucking Agents, Alter. Einmal Agents in den Chat, meine lieben Freunde. Haut mal einmal Agents in den Chat. Das ist jetzt wichtig hier, ja. Das sind ganz klare, definitive Agenten der Matrix. Vor. Mit einer Impfpflicht. Für alle, denen das medizinisch möglich ist. Ja, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo der Staat den Druck auf Impfskeptiker erhöhen muss. Um ihnen klipp und klar zu sagen, ihr könnt nicht einfach nur warten. All diesen Spinnern und Corona-Kritikern sei gesagt, es wird keinen... Guck mal, das ist das erste deutsche Fernsehen, ne. Die sind eigentlich da, um uns einfach nur neutral zu informieren. So. Ich meine, ich glaube hoffentlich, dass ein Großteil der Gesellschaft schon verstanden hat, dass sie nicht dafür da sind, um uns neutral zu informieren. Aber das ist eigentlich deren Job gewesen. ...Normalität mehr geben wie vorher. Madonna, Robert De Niro und rund 200 andere Künstler und Wissenschaftler fordern zu Recht, nach der Corona-Krise Lebensstil, Konsumverhalten und Wirtschaft grundlegend zu verändern. Madonna und Robert De Niro, das sind jetzt so die ausschlaggebenden Leute, die entscheiden, wie wir nach der Corona-Krise weiterleben sollen. Bruder, das ist so krank. Also wer sich das reingezogen hat und gedacht hat, ja man, der sagt was Richtiges und was Wichtiges. Break out the Matrix, meine lieben Freunde. Er ist da, der Preisschock. Gut so. Denn nur wenn Öl und Gas spürbar teurer werden, kriegen wir die Erderwärmung in den Griff. Das war Dieterle. Der sagt einfach gut so, Digga. Öl und Gas spürbar teurer werden. Der Preis zu verhalten und Wirtschaft grundlegend zu verändern. Er ist da, der Preisschock. Gut so. Denn nur wenn Öl und Gas spürbar teurer werden, kriegen wir die Erderwärmung in den Griff. Und die Gesellschaft geht schön den Bach runter, weil sich keiner mehr irgendwas leisten kann. Und die ganzen Firmen verpissen sich aus Deutschland und gehen in irgendwelche anderen Länder, wo das nicht der Fall ist. Wo Gas, Strom und Öl einfach günstiger ist. Somit geht ein ganzes Land kaputt. Und ihr macht die Propaganda mit und sorgt dafür, dass unser Land langsam und langsam Step by Step immer mehr im Arsch geht. Obwohl Deutschland eigentlich so viele krasse Denker hat. So viele heftige Sachen erfunden hat. Und hätten wir da irgendwie dran festgehalten und noch ein paar vernünftige Bundeskanzler gehabt und sowas, dann ist es einer der krassesten Länder. Meiner Meinung nach, ich schwöre dir, ich fühle ja auch Deutschland. Ich bin ja halb Deutscher und ich sage, Deutschland hat ein heftiges Potenzial. Wenn wir nicht so krass gelenkt würden von so komischen Menschen, Diggi. Wir wollen informieren, nicht missionieren. Wir sind Journalisten und keine Lügner. Dass wir aber gerade zu Beginn der ganzen AfD, des AfD-Großwerdens, Pegida-Phase, da hatten wir schon einen gewissen missionarischen Eifer. Das ist der gleiche Typ, meine Lieben, Freunde. Ich küsse doch euer Herz. Bro, macht doch bitte nicht diesen jetzt. Ich glaube, wenn man sich unsere Texte anguckt, sind die alle irgendwie unangreifbar. Aber zwischen den Zeilen kam es aus jeder Pore irgendwie, ihr sollt die bitte doof finden. Also Lügen sind interessant, weil sie oftmals hoch emotional aufgemacht sind. Und das Gehirn, wenn es eine Lüge einmal hört, zweimal hört, dann merkt es vielleicht noch auf und sagt, ja Moment mal, stimmt das alles so ganz? Und dann beim dritten, beim vierten, beim fünften Mal ergeben sich Einschleifprozesse im Gehirn und ein Wiedererkennungseffekt, egal ob die Sache wahrhaft ist oder eine Lüge. Und dann sagt das Gehirn irgendwann, das ist mir viel zu anstrengend, das ist für mich jetzt eine Wahrheit. Krass, ja. Das ist krass. Und so geht es, glaube ich, vielen halt. Die ziehen sich das schon so lange rein. Mein Opa zum Beispiel zieht sich, glaube ich, seit 60 Jahren jeden Tag die Tagesschau rein. Dem kannst du nicht erzählen, dass die Tagesschau eventuell lügt. Oder dass da Dinge erzählt werden, die so nicht stimmen. Das kannst du ihm nicht erzählen. Funktioniert nicht. Der nimmt das nicht an, weißt du, was ich meine? Das ist Tulum-Vibes, Bro. Bro, kommt alle nach Tulum, ich schwör's dir. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt mir Bescheid, ich hol euch hier hin. Liberale oder konservative Kommentatoren gibt es beim öffentlichen Rundfunk nicht mehr. Das Schweizer Media-Analyse-Unternehmen Mediatenor führte eine Analyse von ARD und ZDF durch. Das Ergebnis war eine starke politische Schlagseite nach links. Die Themenauswahl und die politische Ausrichtung ähnelten zudem noch dem Privatsender RTL. Es stellt sich somit zurecht die Frage, wozu braucht es ein öffentliches Angebot noch, wenn es ein gleichwertiges privates Angebot bereits gibt. Jedoch anstatt sich dieser Debatte zu stellen, maskierte der Deutschlandfunk einen Wahlkampfmanager der Grünen als neutralen Politikberater, um die Studie schlecht zu reden. Die Journalisten beim öffentlichen Rundfunk klammern sich an ihre hochbezahlten Jobs. Und natürlich nutzen sie auch ihre Reichweite, um die Deutschen von der Notwendigkeit eines zwangsfinanzierten Rundfunks zu überzeugen. Die Umerziehung der Zuschauer dient vor allem der Selbstbereicherung einer akademischen Elite. Aber weiterhin ist... Safe, hundertprozentig, eine Million Prozent, würde ich genau so unterschreiben. Bin ich auch genau der gleichen Meinung so. Einmal natürlich um die Leute, die sich damit die ganze Zeit reich gemacht haben, damit die sich weiter reich machen können. Und die sind natürlich auch dafür da, um die Gesellschaft in eine gewisse Richtung zu programmieren. Damit halt gewisse Entscheidungen einfach supported werden von der Gesellschaft. Wenn die jetzt Panzer liefern, damit der Großteil der Gesellschaft auch sagt, Panzer liefern ist gut. Und dazu muss man Propaganda machen, weil ein Großteil der Gesellschaft gerade in Deutschland niemals sagen würde, Panzer liefern ist gut. Ich weiß das. Gerade die Leute, die noch Zugang haben zur älteren Generation, die wissen, was damals passiert ist so. Die würden das niemals supporten. Werden die aber täglich programmiert mit den ganzen Sachen, die da gezeigt werden. Denn dann sind die auf einmal dafür und sagen, ja, okay, wenn die von der evangelischen Kirche das sagt, wenn der und die und das das sagen, wenn ZDF, ARD dahinter stehen. Die haben ja gute Argumente. Ich meine, das kann man ja auch nicht einfach so zulassen. Du hörst ja genau immer diese Argumente von den Leuten, die einfach nur eins zu eins das wiedergeben, was da erzählt wird. Und wenn das nicht der Fall wäre, dann würden ganz viele Leute in Deutschland dagegen aufstehen und sagen, nein, machen wir nicht. Und das wäre natürlich kontraproduktiv. Ganz vorne gendern finde ich weiterhin unnötig. Das heißt aber auch, dass wir tatsächlich irgendwann vielleicht nochmal die Diskussion führen müssen, sozusagen wie wir die Veränderung weiterkriegen. Also wie wir sie schneller vorankriegen und nicht sozusagen Gremien es beschließen und dann vielleicht die SchülerInnen schafft nicht mitgenommen. SchülerInnen schafft Diggi, Alter. Du hörst doch, hörst du nicht selber, dass es einfach nur keinen Sinn macht? Du hörst es doch selber in der Sprache, wenn du redest, das ist einfach nicht, es ist es einfach nicht. SchülerInnen, Herr, Sinnen und so. Also ich habe mir das Video von Ketzer der Neuzeit reingezogen, wo die da in so einem Gottesdienst waren, im Queer-Gottesdienst irgendwie. Und dann gibt es, dann heißt es nicht Vaterunser, sondern Gottesunser. Und dann wird halt auch Gott gegendert so. Wo sollen wir noch hinkommen, meine lieben Freunde? Also wo soll das ganze Thema denn enden? Weißt du, was ich meine so? Wie sollen wir dann am Ende noch reden und rumlaufen? Also so, darf ich noch Mensch sein, hallo? Darf ich noch so sein, wie ich bin und das denken, was ich denke? Darf ich das noch? Oder muss ich jetzt 100% alles abgeben? Meine ganze Persönlichkeit, alles für was ich stehe, alles loslassen einfach, damit ihr mich 100% programmieren könnt. Hau mir den Chip rein, Digga, ich habe nichts mehr mit Mensch sein zu tun. Das ist es doch nicht. Also das will ich auf jeden Fall nicht für meine Community. Und deswegen, haltet eure Augen offen, aber ich glaube sowieso 80-90% hier im Chat, wir sind auf der same Page unterwegs, oder? Sondern eben quasi wirklich irgendwie der SprecherInnenrat sagt, ja, wir wollen jetzt gendern, aber eben es unten nicht ankommt. Also wirklich dieses von Wachsen, da ist deine Antwort aber einfach, mit der Generation wird sich schon verändern. Und du bist dir sicher, dass es eben in ein paar Jahren ganz anders aussieht. Ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass Sprache Macht hat, also das auf jeden Fall und Worte Wirkung haben. Die Soziologen schreien. Safe, du sitzt da gerade in einem Programm und versuchst Menschen zu programmieren, mit deiner Unterhaltung. Jetzt hat einer gefragt hier, jetzt real, die haben das Vaterunser gekentert, gegendert. Ja, ja, Bro, das hieß dann nicht Vaterunser, Bro. Weil es ja Vater ist und es ist männlich und das ist nicht gut. Sprache- und Literaturwissenschaftler aus den Universitäten, die nie etwas Nützliches gelernt haben, machen sich in den öffentlichen Einrichtungen breit und fordern dort hochbezahlte Jobs als Gender- und Vielfaltsbeauftragte. Umfragen zeigen, dass mehr als 70 Prozent der Deutschen gegen den nervigen Genderschluck auf beim Sprechen sind. Aber die Sender treiben es fleißig weiter. Denn eigentlich sitzen die Leute, die die Gesellschaft spalten wollen, ja ziemlich weit rechts und ziemlich weit unten. Du spaltest die Gesellschaft, indem du allen Menschen aufzwingen willst, so zu reden, wie das irgendeiner vorgeschlagen hat. Ich weiß gar nicht, wo kommt das eigentlich her? Wo kam das Gendern denn her? Gibt es eigentlich einen, der da maßgeblich für verantwortlich ist, dass das so Thema geworden ist? Im Blinddarm. Das ist nämlich Spaltung, meiner Meinung nach. Der Gesellschaft. Genau. Und so ein Blinddarm ist ja jetzt nicht im strengeren Sinne essentiell für das Überleben des Gesamtkomplexes. Ah, das ist auch die Gleiche, die gesagt hat, dass die Leute, die jetzt auf Twitter wieder unterwegs sind, dass die auch wie so ein Blinddarm sind, den man einfach rausschneiden sollte aus der Gesellschaft. Diese ganzen Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker. Das sind die einzigen normalen Menschen, meiner Meinung nach, noch, die nachdenken und sich nicht von dieser ganzen Propaganda auseinandernehmen lassen, weißt du? Und das ist der Blinddarm der Gesellschaft, der rausgeschnitten werden soll. Das sind Aussagen, die sind krank. Die gehen auf die Straße und demonstrieren gegen Impfung und ich kann sagen, also, die sind wirklich zu prügeln, die sind Menschen. Guck mal, wie kaputt. Bro, das ist Nazi-Talk, Digga. So, ich muss es jetzt einfach mal Real-Talk so sagen, wie es ist. Das ist Nazi-Talk, Bruder. Ja, Applaus. Mit Gewalt den eigenen Willen durchsetzen bekommt heute bei der ARD tobenden Beifall. Ein Journalist beim öffentlichen Rundfunk muss nicht darauf achten, dass er seine Zuschauer zufrieden stellt. Auch wer nichts von ARD und ZDF sehen oder hören will, muss zahlen. Egal, welche Beleidigungen oder Skandale ein Journalist sich leistet, das Geld fließt weiter. Eigentlich soll der öffentliche Rundfunk von den Rundfunkräten überwacht werden. Jedoch die überwiegende Mehrheit der Mitglieder in den Rundfunkräten werden von Institutionen entsandt, die vom... Hier hat gerade einer gefragt, ob ich geimpft bin. Chat, könnt ihr für mich antworten, bitte? ...abhängig sind. Auch die Verwaltungsräte werden von den Parteien beherrscht. Im ZDF-Verwaltungsrat sitzen vier Ministerpräsidenten. Vorsitzende ist die SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Manu Dreyer. Die Namen in Politik und Rundfunk sind häufig die gleichen. Die ARD-Programmdirektorin Christrine Ströbel ist die Ehefrau von Thomas Ströbel, dem Vorsitzenden der CDU in Baden-Württemberg. Und die Tochter von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Ein kleiner Kreisverwalter beaufsichtigt Verwalter und das Volk wird gezwungen zu zahlen. Genauso war es in der DDR auch. Wie unabhängig kann eine Organisation überhaupt sein, die auf Zwangsenteignung angewiesen ist? Das Parlament entscheidet darüber, ob der Rundfunkbeitrag erhöht, gesenkt oder abgeschafft wird. Und der Beitragsservice ist schlussendlich auf die Unterstützung der Behörden angewiesen, um die Zwangsgebühr einzutreiben. Wenn der öffentliche Rundfunk nicht im Interesse der Politik berichten würde, dann würde er sehr schnell seine Finanzierung verlieren. Natürlich sind ARD und ZDF kein Staatsfunk. Das Kanzleramt ruft nicht beim Chefredakteur an und sagt ihm, was er senden soll. Aber hinter den Kulissen machen dann eben doch die entsprechenden Parteifreitreter im Kontrollgremium des Senders Druck. Staatsfunk... Wäre ich mir gar nicht so sicher, ob die nicht Calls machen. Ich meine, wenn eine von der Leyen Impfdeals macht per SMS mit dem Pfizer-Chef, dann kann ich mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Call beim ZDF vom Ministerium, vom Scholz oder so, auch mal angerufen wurde und gesagt hat, hey, Jungs, ihr wisst, was eure Aufgabe ist, wa? Das ist der öffentliche Rundfunk nicht. Aber eben doch Parteifunk. Oder der Funk der Interessengruppen, die es verstehen, in den Gremien Bündnisse einzugehen und so Einfluss auszuüben. Gruppen wie die Atlantikbrücke. Bei dem Gala-Dinner der deutsch-amerikanischen Politiker und Generäle sind auch Spitzenjournalisten wie Ingo Zamperoni, Thomas Roth, Tom Buru und Klaus Kleber mit dabei. Da wundert es nicht, dass ARD und ZDF die Enthüllung von Simo Hirsch über die Sprengung von Nord Stream 2 durch die USA so gut wie sie können verschweigen oder als Verschwörungsmythe darstellen. Prinzipiell spricht ja nichts dagegen, dass Journalisten die deutsch-amerikanische Freundschaft pflegen wollen. Ich finde Amerika auch toll. Was mir am meisten an den Amerikanern gefällt, ist ihre Skepsis gegenüber dem Staat. Ich wünschte, die Deutschen würden sich davon eine Scheibe abschneiden. Einen zwangsfinanzierten Rundfunk, der von wirtschaftlichen und politischen Interessengruppen beeinflusst wird, würden die Amerikaner nicht tolerieren. Zwangsabgaben sind weder systematisch sinnvoll noch... Hatte schon teilweise recht auf jeden Fall. ...sind sie moralisch vertretbar. Schlussendlich ist es vollkommen egal, wie... Communities sind halt auch viel größer in den Staaten. Freiheit ist auch noch auf einem anderen Blatt da geschrieben bei denen. Obwohl ich jetzt auch kein großer Amerika-Fan bin, gerade was die Politik angeht. Aber die Gesellschaft und das Volk, die lassen nicht so viel mit sich machen. Weißt du? Den kannst du nicht so viel aufdrücken. Weil das ist auch der Grund, warum die zum Beispiel ja... Wo ich auch nicht sage, dass es wirklich geil ist, aber dieses Waffengesetz, dass da quasi die Menschen auch Waffen tragen können, ist ja in der Verfassung so festgehalten, dass sie sich im Notfall auch gegen den Staat wehren könnten. So, weißt du? Das steht wirklich so in der Verfassung drin. Das ist schon hardcore, so weißt du? Da merkst du schon, diese gewisse Freiheit spielt bei denen eine ganz andere Rolle. Was ich halt in Amerika vor allen Dingen geil finde, ist, dass es halt mehr Menschen mit Eiern gibt, die sich hinsetzen und sagen, was sie denken. Und dass dann da auch die Communities größer sind, die das backen quasi so, weißt du? Also da gibt es echt sehr viele Leute, die einen seriösen Status haben, die sehr viele Dinge hinterfragen, auch öffentlich, wo nicht so kleinkarätig dann drauf geguckt wird und dann alle den canceln, so. Also wenn jetzt zum Beispiel bei dieser ganzen Corona-Thematik, da gab es viele Leute, die sich kritisch geäußert haben, so. Und die wurden nicht von jedem gecancelt. Die wurden natürlich auch gecancelt von Mainstream und von vielen Leuten, aber es gibt auch viele Leute, die dann trotzdem noch hinten dran stehen. Da gibt es noch viele Podcasts, in denen du dich trotzdem hinsetzen kannst. Joe Rogan, was war das? Joe Rogan ist der größte Podcast in der Welt. Wie viele Conspiracies, also Verschwörungsthemen hat der schon aufgemacht? Weißt du, was ich meine? Das muss man sich einfach auch mal klar machen. ... die Sendungen von ARD und ZDF sind. Seine Mitmenschen zu bedrohen und eine Zwangsgebühr zu erpressen, sind die Methoden einer Reuswerbande. Wenn wir wieder eine rechtschaffende Gesellschaft der selbstdenkenden Bürger sein wollen, dann bleibt nur die konsequente Privatisierung des öffentlichen Rundfunks in Deutschland. Und zwar nicht so, wie die DDR privatisiert wurde. Die Deutschen haben jahrelang für den Aufbau von ARD und ZDF bezahlt. Dieses Volkseigentum sollte nicht wie die Treuhand an Großinvestoren verscherbelt werden, damit sich Politiker und Intendanten noch ein letztes Mal die Taschen vollmachen können. Bei einer gerechten Privatisierung würde jeder deutsche Haushalt, jeder Gebührenzahler, eine ARD- und eine ZDF-Aktie erhalten. Die Beitragszahler würden das, was ihnen weggenommen wurde, zurück erhalten, in Form einer Aktie. ARD und ZDF müssten fordern, wie alle privaten Unternehmen auch, ihre Kunden eine wertvolle Dienstleistung bereitstellen. Oder sie würden Kunden und damit Einnahmen verlieren. ARD und ZDF würden nicht mehr von Politikern kontrolliert werden, sondern von ihren Kunden und ihren Eigentümern, ihren Aktionären, von euch. Ihr könntet bei der Aktionärsversammlung mitwählen, wer der nächste ARD-Geschäftsführer wird. Und wer nichts mehr mit diesem Konzern zu tun haben will, der kündigt eben sein Abo und verkauft seine Aktie. Auch die Briten wollen die Zwangsbeiträge für die BBC bis 2027 komplett abschaffen. Und was in Großbritanniennot nötig ist, ist hierzulande umso notwendiger. Selbst den Intendanten ist klar, dass sich etwas verändern muss. Eine Fusion von ARD und ZDF wurde bereits vorgeschlagen. Es liegt nun an uns, die Intendanten nicht mit einem letzten Coup davon kommen zu lassen. Wenn du dich von der Rundfunk... Guck, der hat noch ein Video gemacht, wie man sich von der GEZ-Gebühr befreit, meine lieben Freunde. Kann man auch mal drauf reagieren. Wenn nicht, zieht es euch selber rein. ...Gwangsgebühr befreien willst, um denen da oben Druck zu machen. Dann guck dir dieses Video an und klick auf den Link im ersten Kommentar. Eigentlich ein guter Typ, ne? Ich feiere den Digga irgendwie, seine Art und Weise und so. Fand ich irgendwie sehr sympathisch. Seine Message und wie er das Video so zusammengefasst hat und seine Vibes vor allen Dingen, seine Energie, fand ich sehr positiv. One Love geht raus auf jeden Fall am VWL Bernd Digi. Bernd, ich küsse dein Herz. Danke für das Video, Bro. Danke auch für denjenigen, der das in den Chat reingeknallt hat.